Nummer 4. Pfeffer- und Salzmühlen-Set Hergestellt aus Eichenatur, Edelstahl und Keramik. Das Set passt zu jedem Einrichtungsstil. Die Pfeffermühle aus Eichenholz ist wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig. Sie schützt Salz und Pfeffer vor Feuchtigkeit und hält sie lange frisch. Einfaches Nachfüllen Ein sichtbares Acrylfenster hilft, Gewürze leicht zu unterscheiden. Eine drehbare Mutter auf der Oberseite stellt den Mahlgrad ein. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Perfektes Set für alle Arten von Salz und Pfeffer Das Keramikmalwerk ist einstellbar, mit 5 Mahlstufen von grob bis fein. Das Set hat ein modernes Design, es ist aus Edelstahl und Glas gefertigt. Einfaches und essentielles Design für einen eleganten Look. Ein verschließbarer Deckel hält Gewürze frisch, vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Diese Mühlen werden nicht voll verkauft. Sie müssen sie mit Gewürzen ihrer Wahl füllen. Originelle Geschenk-Idee Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Hochwertiges Salz- und Pfeffermühlen-Set aus Edelstahl und Glas Ein Tablet aus Bambusholz ist im Lieferumfang enthalten. Das Mahlwerk aus hochwertiger Keramik, kann jederzeit einfach nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden. Die Größe dieses Sets ist perfekt, um ständiges Nachfüllen zu vermeiden. Das Mahlwerk ist 13,5 cm hoch. Die Gläser enthalten ihre Lieblingsgewürze wie Rosa Himalaya-Salz und Pfeffer. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1. Salz- und Pfeffermühlen-Set Hervorragendes Produkt in Bezug auf Design und Funktionalität. Hochwertiges Keramik-Set ist perfekt für Salz, Pfeffer und Gewürze und bietet eine optimale Körnung von sehr fein bis grob. Perfektes Set als Geschenk Die Salz- und Pfeffermühle besteht aus Glas und ist leicht zu befüllen. Der spezielle Aromaverschluss sorgt für lang anhaltende Frische. Die sorgfältige Auswahl der Materialien und die Vielseitigkeit schaffen einen einzigartigen Look. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.